Hallo zusammen ich bin hier im schönen Zürich und hier habe ich einen Kühlcontainer der vereist und nicht richtig kühlt. Jetzt schaue ich mir mal das Kältemittel an. Hier bin ich am Druck messen. Ja und die Türe habe ich jetzt eingestellt. Wenn wir uns die Türe hier anschauen, hier ist einer reingefahren. Hier sind wir drin, hier hat es Kühlelemente drin, die jetzt noch nicht hier vor uns sind. Wenn wir diese Türe hier anschauen, ist die ein bisschen zerdrückt. Also hier heißt ein neues Türelement rein und wenn ich hier ein bisschen raus schaue, die Türe macht hier nicht zu und sie ist auch schief aus diesem Grund. Ja, ist der Raum nicht ganz dicht. Ja hier sonst im Raum, der Kühler läuft, hier sind Kühlelemente eingelagert, die jetzt halt nicht frieren. Ja das ist es aus diesem Kühlraum. Ich muss jetzt hier die Türe sauber einstellen, was möglich ist und nachher ist das Thema hier, die ganze, also sich schließt auch nicht selber, die steht hier irgendwo an, Scharnier weg und nachziehen. Das ist es gewesen aus diesem mobilen Kühlraum und ich wünsche euch einen schönen Tag aus der schönen Stadt Zürich.